Ich habe... Nö, ich habe die ganze Zeit die Schrot aufgeladen, ne? Und dann mit geschossen. Ach so, ein Drackiger. Ja, Schrot besser, Digga. Äh... Äh... Ihr seid eh schon im Match und ich nicht. Ja, ist man schon ein bisschen buggy. Schon, aber das ist eine lange Decke. Das machen wir eigentlich nicht. Aber die haben bis jetzt glaube ich auch nicht viel gefixt. Ne. Was meinst du mit gefixt? Sandwich Legends, ja man. Sandwich Legends. Ja gut, das sind Serverprobleme und manche Sachen halt. Da kannst du nicht viel machen. Hä, ist dann hat nicht die Assisi am ersten angefangen? Ne. Und die wollen... Bis zum Monat, glaube ich, kommt die erst 15. oder so. Okay, okay. Aber die hätten das eigentlich schon viel eher machen müssen. Ne, ich dachte schon, da fehlt, wo ist die neue Legende und so. Ne, ich stand ja nicht. Da stand ja nur März, ne? Ja. Nicht, wann es losgeht. Uff, wo wollen wir hin? Artillery. Artil... 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 Achso, ich bin Jumpmaster. Fuck, Alter. Ja, war ein bisschen late, glaube ich, oder? Das war... Ja, es geht. Wir dürfen halt nur nicht ins selbe Gebäude. Wir brauchen auf jeden Fall alle Waffen. Meinst du jetzt mit den Gegnern oder wir zu dritt ins selbe? Ne, mit den Gegnern. Ah, hier ist wir. Ja, deswegen gehen wir direkt runter. Direkt runter. Direkt runter. Ja. Die gehen unten drauf und wir gehen runter. Wo ist Cari? Ich bin in dem Nachbargebäude. Cari ist schon weggauen. Ja, ich hab geauft, hier ist vielleicht eine Waffe drunter. Ich hab keine Waffe. Ich auch nicht. Ich hab nur ein Dingsens. Was? Unten. Einer ist an der Tür. Unten. Der ist, ja. Der hat nix. Ich hab ihn zwei Schaden gemacht. Oh mein Gott. Ich hab ihn über 60 gemacht. Wer ist wieder reingerannt? Seine Mails sind oben und gehen jetzt drinnen looten wahrscheinlich. Lass wieder reingehen. Oder ne lass... Ach, keine Ahnung. Ich hab keine Waffen. Wir müssen weg eigentlich. Oh, ich hab ne Peacekeeper. Nice. Ja, ich probier's mal an der Weapon. Oben ist hier. Ja, ich weiß auch mal auf das Ding drauf. Ja, aber ohne Waffe würde ich mir das auch nicht fehlen. Ich geh oben wieder schauen. Oh, Digga. Echt jetzt? Oh man, Leute kommen zu mir. Ja, ich... Die laufen aber da lang. Irgendeine Waffe. Auch wenn es nur ne P2020 ist. Oh, danke. Danke, Mine, für deinen Sub. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, Philipp von dir. Ich hab jetzt ne B7 Scout. Du solltest doch einspielen, Digga. Als Sub-Dinger nennt man das. Ja, Mann. Als Sub-Sound. Als Sub-Sound, ja. Ja, danke. Vielen Dank. Hat jemand Heavy? Ich hab Light. Ja, ich hab Heavy. Ich hab Heavy für dich. Ich hab hier Karim, wenn du brauchst. Was? Shotgun Bolt oder hast du? Hab ich schon, Level 3. Ich brauch auch noch ne Rüstung, ne? Ach ja, ich wollte grad oben entgegenkommen, dann läuft der wieder unten lang. Ah, Karim hier schon full equipped, Alter. Hast du full equipped? Ich hab ne Peacekeeper, mehr hab ich nicht. Ich meine von... Ach so, von Rüstung, ja. Ja, die hab ich grad aus dem Roboter rausgekriegt. Ja, da, da, da. Hinter uns. Woah, woah, woah. Woah, woah, woah. Woah, ich bin fast tot, ich bin fast tot. Die kommen. Die kommen. Oh Gott. Hätte ich nen Schild gehabt, Alter. Ja, einer ist knocked. Lifeline kommt von hinten. Ja. Es versucht von hinten zu kommen. Ach, stirb doch, du Drecksau. Da ist ne Rave. Rave ist los. Ach, komm. Ja, die hatte noch Schild. Ich hab nix getroffen. Nix. Hättest du mal was getroffen. Ja. Dann hätten wir das geschafft. Ich... Ich hab den einen nur nen 80er Hit gegeben und dann... Dann hab ich... Danach hab ich nie was... nie wieder was getroffen, Alter. Ja, der Rave hatte fast gar nichts mehr. Ich hab der 120 gedrückt. Möglich, ja. Schade. Schade. Oh, die neuen Legends. Wie viele sollen denn kommen? Darfst du nur einer erstmal? Es kommt jedes Season einer, soweit ich sie nicht verstanden hab. Also wenn ich es richtig gelesen hab. Was stand Plural eigentlich drauf? Uch. Das wär aber zu viel, find ich. Überleg mal, was du spoilst, wenn jedes Season zwei Dinger rauskommen würden. Bei was? Ja, dann gäb's irgendwann viel zu viele. Dann hättest du ja nach einem Jahr schon über... Also wir haben dieses Jahr noch vier Seasons, dann hättest du ja schon 16 Helden. Weir Legends. Das macht ihr alle total unsinnlos und useless. So, jetzt gibt der AI, gut. Welcher will nicht gespielt werden? Das glaub ich, die Breite ist der einzige, den nicht die Leute spielen. Der Rest wird eigentlich gespielt. Ich finde, es macht gar keinen Sinn, dass sie überhaupt welche rausbringen. Aber irgendwie müssen die ja Content bringen, was die verchecken können. Mit Skins. Ja gut, Waffen gibt's eigentlich genug fast. Ja, ne, aber die wollen jetzt so die Fortnite. Ja, ihr werdet was rein, was rausmachen oder? Naja, ne, ne, wenn die jetzt hier das Ding ein bis zwei Helden bringen und dann noch... Dann willst du ja für jeden, wenn du ja so ein wichtiger Gierschlund bist oder wie man es denn mag, dann willst du ja von jedem Helden jeden Skin haben oder was auch immer. Boah, ne. Das ist nicht gar nicht jung. Da steht bei Apex, wenn du dir ein Pack kaufst, da steht, dass du nicht doppelt intelligent bekommen kannst. Aber die gehen ja dann irgendwann aus, ne, Theorie. Theorie, ja. Da kriegst du nur noch die Materialien, ne? Ja. Genau, wenn du dann bei jedem dreißigsten Pack noch ne Legende bekommst und du kaufst sie jeden Monat tausend oder so. Dann kannst du ja die Leute mit viel Geld nicht befriedigen. Ist richtig. Motorrad-Black. Huch. Huch. Will jeden, will jeden Skin. Naja. Ich sag ja nur Fortnite, ey. Lassen wir ne Waffe, Karim. Alter. Du hast sogar ne Besser als ich. Ich hab ne P20-20 gekriegt. Boah, ich hab mich voll wieder schocken gerade. Hui. Masslos. Alter, wie wieder schocken. Aua Bruder, Digga. Auf einmal kommst du rein. Ich denk mir so, was ist da los? Ey, ich bin schön da. Ey, Richtung Osten war ein Gegner. Ne, ich weiß. Muss am Mosambik, was los, Alter. Puh, Eddy, Alter. Was? Ein Schild? Ne, musst du mich so erschrecken. Da. Entschuldigung. Ich hab vergessen, dass es schon eins ist. Links. Links von uns, hinter uns. Hä? Direkt tot. Ja, war wahrscheinlich alleine und ist weggelaufen. Aber ich hab keinen Kill bekommen. Der war knocked. Dankeschön. Ja, weil hier auch jemand anders ist. Ach, Eddy sind da hinten. Ja, ich komme. Hier, bei mir. Hier im Gebäude. Ich geh hoch. Bei mir sind auch welche. Ja, ich kann jetzt. Ich geh jetzt. Bei mir direkt. Karim, Alter. Karim hat's nötig, gell. Ach, das ist ein Fake, Digga. Ich werd gesandbridged. Ab, bin. Instant tot. Ja, ich werd von vorne geholt. Noch mal ein anderes Team. Noch ein anderes Team. Ja, das ist mir bewusst. Oder sind es schon zwei Teams. Noch, noch, noch ein Team. Der Typ, der auf euch geschossen hat, der wurde gerade nochmal genockt von einem anderen Team. Ja, vom... Der Zweischuss. Scheiß drauf, ich probier's. Ich hör jemanden zu mir kommen. Ja. Nach hinten hat... Der hat Gas, glaub ich, gezetzt, oder? Du, was? Das ist okay. Nein, nein, das ist magisch von mir, aber es ist irgendwie so... Es ist so grün irgendwie. Ja, ja. Ich stehe vor der Tür. Ich stehe vor der Tür, ja. Rechts, voll, rechts! 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 Guck ich mal was, Total tienen. Dad Ich muss nachladen, Boyd. Oh Mann, ey! Überall, ich schwör, ich hasse mein Leben. macht alles bei mir. Ach komm, Alter. Der ist low. Der ist hard low. Der kommt, der kommt. Der ist hard low. Schön. Hat geil. Ist tot. Alter, ich brauche viel. Ich brauche alles. Ich habe nichts mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich brauche heavy ammo. Bro. Nice syringes. Ich kann meine Drohne droppen schnell. Ja, hau raus, hau raus, hau raus. Rechts kommt was. Dann halt drauf. Ich brauche Lightarm hat jemanden Light. Ja, steht hinten drinne. Nicht zum Nachladen. Ich habe keinen Schuss. Ich habe viel Munition in meiner Waffe. Leute. Achtung. Achtung. Auch nach hinten. Linkster war Waffe. Da waren wir hier. Oh Mann ey. Geilste Sandwich Position. Ja. 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 Der Bastard hat. Harding komm her. Warte, warte. Zwei Leute. Peace, mega. Peace, mega. Ja. Ich habe keine Munition mehr. 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 Tod. Schwach. Oder eine Peace-Tür. Die nehme ich gerne. Ich brauche unbedingt Heavy ammo. Hier. Schleid Ammo. 100 Schuss. Hier. Eddie dem erstmal. Ich heil mich. Wo? Ach ne. Jetzt brauchen wir. Auf dem Boden. Ich brauche nicht mehr. 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 Ich habe jetzt umgewechselt auf dem Schrot. Was? Ach Scheiße. Ich muss den Großen benutzen. Ich glaube es kommt noch was. Ja! Ja! Ich bin tot. So hin zu mir ist. Jetzt kommen doch auch gleich wieder diese Bastarde. Erstmal in die Richtung. Ja! Rad gefressen? Draußen eine Lifeline Muss mich heilen, muss mich heilen Juuungs, wir rasieren! Ich hab gar nichts getroffen Ich schon, ich schon Ich brauch sowas von Heavy Emot Ich brauch Schild, Digga Oh, Precision Shock, chill ich Da kommt doch noch mehr Ja, ja, da kommt noch mehr, da kommt noch mehr Lass mich bitte mein Schild aufladen, Digga Da kommt was Ja, ich weiß Ne, links auch, oder? Draußen, draußen Ja, draußen Ja, draußen, ich hab ihn gesehen Hinter uns kommt auch was Ja, super Ich kann meine Schild nicht mehr aufladen, Digga Ah, im Winster Draußen, draußen Draußen, ne Lifeline Das ist meine Artillerie, Bruder Das ist meine Artillerie Hier, Bastert Hier, Mann Hä, wer den gekillt hat? Ah, danke schön Neun Kills hab ich, Junge Gib mir mal ne anständige Waffe, Mann Ich hab ne Mosambik Hier, nimm die Spitztreuer Ah, fuck ey, die Zone Warte, hier, ich dropp dir Nein Hallo, heilt das Ding mich? Ja, ja Ja, ja Ich brauch Munition, Digga Ja, Liga, Scheißdreck Longbow hat er Longbow, äh Ne Ich brauch Heavy, ne? Scheiß auf Longbow, ja Ja, keine Ahnung Hier ist keine drin Hier sind der 301, Eddie Oh, ja, bitte, Mann Danke dir, Mann Habe ich gar nicht verdienen Hier liegt noch Shotgun Balls Äh, gibt's auch Munition für Shotgun? Oder Heavy? Das such ich auch, Digga Such ich auch, ich such sogar was für Shieldies Ich hab keine Shieldies Was ist das für Shieldies? Ah, hier sind 14 Stück, nice Hier liegt noch blaues Backpack und so Zeug Blaues Backpack würd ich nehmen, ja? Hab ich schon Achso Dann brauch ich noch das, dann passt's Ne, den kannst du haben Ah, okay Ich meine, ich hab nur nen Blauen Alter, was haben wir hier getan? Ich hab keine Ahnung, wir haben komplett alles zerstört, Alter Wieder Level 3 Shotgun Ball, ne? Hä? Ja, hab ich schon, hab ich schon Da müsste ich mich noch kurz erinnern Wir müssen los jetzt, ne? Ja, ich weiß, aber das ist die erste, das geht noch Ey, ich muss mal Platz auf meinem Tisch machen Das hab ich vorhin gemacht Das hab ich gar nicht gemacht Oh, fuck, müssen wir weit, Digga Hier liegt noch Light Amor Ich hab 2,40 So ein Ballon oder sowas Ja, aber die erste Wow! Das ist nicht die erste, oder? Doch Warum das geht so weit What the fuck, wie weit das geht Ja, das ist schon round Round 2 ist schon angezeigt Ja, ja Fuck my life, Alter Wir müssen es nur bis zum Tunnel da vorne schaffen Ey, ich drück ganz halt F, Mann Ich hasse mein Leben Scheiß Hans Showdown F für was? Fürs Heilen, oder? Fürs Looten Ja, ja Weil halt schon, dass das so Halber hier, ähm Halber hier über den LP Alles klar bei dir? Ja, dann müsst ihr ja schon über 8 Kills haben, oder so Ich hab neun Ich hab zwei Ich hab ein Ja, ich hab zwei Ja, ich hab zwei Ich, ähm Simon hat die alle abgestaubt, Digga Ich hab die immer alle gedowned, da Ja, ich hab die alle gedowned, Digga Ja, aber dann kriegst du das Leise, 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 leise 20 Sekunden sind hier welche gewesen Da, da, vorne Ach, Digga Einer noch Im Haus, oder? Ja, unten, unterm Haus Unterm Haus Ja, Mann, mach weiter so, Karim Gut, 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 gut Schön Ach, Karim, Digga, du hast's gut gebetet Ich weiß Meine Spitfire hat erst richtig losgelegt, Digga Geil Goldenes Belfeck, Digga Hier liegt so viel Heavy, Mann Digga, ich hab Ja, gib mir auch mal ein bisschen was, Digga Ich hab gar nix Ich hab nix mehr Ja, GG Jungs, ach, ich hab los, Digga Komm her Ja 11 Kills Das könnte mein Rekord werden Er läuft, Digga Ey, mir wird mein Kill up erkannt Du hattest nie einen Ich hatte ein Digga, der wird mir abgackt Echt Da war doch nicht ich schwör auf mein leben alter das danke von der sekunde stand auch da jetzt steht nur zwei es ist ich muss los lüge das ist ne lüge ich habe es und geliefert dachte wir haben was in kfc bestellt hier ist ein standard stock aber schon guter und nicht aber danke aber ich bin auch her wie man liegt noch leid ich will nicht wissen wie viel schaden ich gemacht habe die ganzen leute ich genockt habe die hast du dir geschnappt bei mir ist ja andersrum so 20 schaden und er macht irgendwas mit tausend muss los oder verstehen ich verfolge ich muss sagen aber ganz ehrlich die hemlock die ist doch ganz schön geil alter ja die ist richtig gut die macht richtig schaden hat er ja auf einmal auf 1 ich schwöre man ist richtig geil dann aber aber nein die ist absolut vorne aber also also soviel nahkampf ist die aber echt übertrieben hat er ist noch heavy ich schwöre man die hätten mich fast gehabt karten springt davon fließt die ganzen schüsse ich halt drauf alles weg ja ich hatte ich hatte ich hatte das hat das höchste schild natürlich da rein digga vor allem ich hatte eine stroflinte ja 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 mein dyson droppen im haus oder so oder hier mal hier stein am besten okay jungs ist kein platz auf meinem tisch ich muss los da schießt jemand auch auf uns oder was ich habe keine ahnung da läuft ist wer gelaufen und oben stehen welche da da hinten auch die lassen wir wieder hochlaufen die feiten die beiden ja lassen auch da oben digga ich glaube ich habe 18 schild zeilen drei squads noch ne gar nicht mach turbo mann du bist auf schwarz was von dingen du sollst turbo gang einlegen du bist auf Ich muss mal meine Ulti wieder einsetzen Also Ultimate Accelerator mach ich auch mal wieder an hier Damit ich wieder schneller meine Ulti habe Ja, hast du gerade gesehen, der ist reingesprungen Ja, ich wusste Aber rechnet der auch damit, dass ich gleich nochmal eine Art Fellerie werfe? Hier im Gebäude glaube ich Ja, ja Meines bist du Ist aber gut Aber rechts zu mir hab ich was gehört Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ich hör auch was Ja Irgendwo beide drinnen? Ja, ja Ist rausgelaufen Irgendwo rechts sitzen Dinger Huren Nee Platz auf Ey Digga Überall Granaten Zurück Karim Okay Wohin? Bisschen Rückzug nur Bisschen Rückzug nur High Ground man, High Ground Die sind rechts von mir Hoch Hoch Unter uns Ich hab meine Ulti gezündet Ich hab nichts verfahren Ich hab nichts verfahren Ich hab nichts verfahren Ich hab nichts verfahren Garnater Karim Garnater Oh fuck Ja, ja, ja Und da oben Da oben Das ist ein anderes Team Das ist ein anderes Team Und die haben eine Ulti geworfen Oh fuck, 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 fuck Jetzt hätten wir einen Gebralter gebrauchen können Mann Das ist richtig Ja, GG Hauptsache, ich hab's nicht Könnt ihr zu mir kommen Karim, du musst schießen Du musst schießen Der goldene Russe und der Wichser Ey, ich schwör Überall Granaten, Mann Ähm Wer rennt da lang Vor mir ist auch noch einer Ja, das ist das andere Team Ja, das ist das andere Team Die kommen Der eine verfolgt den anderen Ich heil mich gerade Karim sollte draufhalten Darf fighten auf jeden Fall Einer gegen den anderen Gib mir den Phoenix Kit Wir haben den geholt Zeit zu intervenieren Ich kann nicht smaken Ich kann nicht smaken Jetzt Da ist noch einer, Karim Ich weiß Scheiß drauf Hast du den? Ah fuck, Mann Ja Wen hab ich mir geholt Bleib mal hinter dem Auto Yo, 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 das ist das letzte Team Yo, yo, yo Ich bin gleich down Ich seh's, Mann Das ist das letzte Team da vorne, Karim Wo denn? Da vorne, wo ich... Ach, 80 M 80 M Ah, ja Heil dich Gib dir den Phoenix Kit Wir waren vielleicht voll Ich mein doch nicht dich Ich mach dich, mach dich, mach dich Ich muss mal nachladen Ist das letzte Team, oder? Ist richtig Wir müssen zu den, by the way Oh, ne Mastiff Ich push nicht, ich guck, was die für Loot haben Soll ich die Mastiff nehmen? Level 3 Bodyship brauch ich noch, Bruder Soll ich die nehmen? Ja, nimm halt Ja, nimm halt Hast du doch wissen Wenn nicht, dann nehm ich sie Ja, ich hab sie Da liegt noch ne Peacekeeper mit allen Attachments die man braucht, ja Warte mal Warte mal, ich glaub ich hab noch die Money Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ja komm Der hat einen 69er Hit bekommen, der hat goldene Body Armor Ja, ich weiß Liegt noch heavy Wir müssen da lange Wir müssen zu den Und die Steppen hier drin Wir können auch anders umgehen So ist nicht Ja, dann müssen wir aber jetzt außen rumlaufen Jetzt Ja, dann wollen wir Nein, es ist nicht Da müssen wir jetzt los Ja, dann lass rechts rum, komm Okay Da müssen wir jetzt los Und zwar schnell Wir haben auch 25 Sekunden Das reicht Das reicht locker aus Wenn wir jetzt los Außer Außerdem hab ich hier noch ne Ulti Die ich aber halt ungern jetzt einsetzen würde Aber die können auch schon da warten, ne? Das ist richtig Die sind da schön gesteppt da drin Ich hab meine Ulti ready Wird sie auch gleich einsetzen Dann hau rein Ich hab meine Ulti auch ready Wenn du mir sagst wo sie sind Sind sie wahrscheinlich noch da vorne im Bunker Wahrscheinlich, ja Nein, nein, doch nicht Das war nur das Teil, sorry Also hier seh ich sie nicht Das heißt aber gar nix Sie können auch im Gebäude sein Deine Ulti Ich lass sie mal ein Geschenk da, Alter Vor dem Bunker Ja, man ulti ist weg Ah, super 99% der ganzen Raketen landen einfach oben auf dem Bunker drauf Die sind aber drin, ne? Ich hab sie drin gehört Das heißt aber nicht, dass sie rausgelaufen Ja Also dass sie noch drin Ja Ich glaube aber, dass sie drin sind, ja Ja, ich seh sie da drin Ja Die linke Seite Komm Okay, jetzt hätte ich gerne mal das Spitfeuer Ich schwemme mein Leben, das hab ich gewechselt Das Bambuse Das Bambuse Ich geh näher ran Einer slow Der ist knockt Ich heimlich kurz Rechte Seite sind die Rechte Seite sind die Hab ihn Den einen genockten Einer hat kein Schild mehr Nicht rein pushen, ne? Der hat aufgeschlagen Der hat aufgeschlagen Einen hab ich Jetzt müssen wir rein Er ist vor Karim Ja Der hat goldene Schilde Der hat goldene Schild Habe ihn Heftige Runde, Digga Heftige Runde Das hat eigentlich gar keinen Sinn Alter Junge, ich dachte, wo ich da genockt gegangen bin Digga Digga Digga, zwei waren knocked Und dann kommt noch so ein Ding Artillerie oder was das war Digga, diese Runde Wie ich dich da einfach wiedergelebt hab Diese Runde war anders, ja? Die Runde war anders Digga, als 20 Ich hab viel Gefühl gehabt, dass irgendwie Auerbruder die ganzen Kills gemacht hat Weil er die ganzen Damage gemacht hat Aber es geht am Ende, hat sie es noch geregelt Digga Ich hab am Anfang den ganzen Damage gemacht, wo du halt nur wenige Kills schildern Ja, ja Digga, wir haben ein Drittel Wir haben ein Drittel von allen Spielern ausgeschaltet, Digga Wieviel hatten wir? 8? 20? 20 Kills, Digga Jo, läuft Puh, Digga ESL kann kommen, sagst du Ja, ESL kann kommen, würd ich sagen, ja? 20 Kills Ich versteh nicht, warum wir aufgehört haben zu spielen Alter Schwede, Digga Und jetzt wird das mal Platz auf meinem Tisch gemacht, hat das abgefuckt Alter, war das heftig, Digga Ich schwitze gerade richtig, Mann Digga, das war... Ich gar nicht, nur meine Hände sind nass Ja, meine auch, Digga Ich bin... Weißt du, mein T-Shirt ist nass, Digga Ich bin voll am schwitzen gewesen gerade eben, Digga Richtig reingeschwitzt Was? Danke, Maxo Danke Gleich mit dem Karm seine Arme hoch, so richtig Wasserfälle Ja, Digga, richtig Wasser, Digga Wart mal, ist das wirklich Wasser? War eine geile Runde, aber ich hab's nicht gefühlt Irgendwie auch nicht Ganz ehrlich... Am Anfang, am Anfang hab ich's richtig gefühlt Digga, diese Runde werd ich einfach auf Hütze hochladen, Digga Am Anfang ging's so richtig Schlag auf Schlag Ja, Mann, und am Ende hat's halt übelst gedauert und so, ne? Nix gesehen und so Ja, die letzten 300 Schaden hab ich nur mit deiner scheiß Peacekeeper gemacht Ja... Aber die Mestik ist auch schnitt aus, Alter Die Scheiße, Alter, ja Die hatten auch keine Chance, die waren auch richtig Nachteil Der kleine Gang, die konnten nur da durch